Alles was du tust ist Skateboarding. Wenn du morgens aufstehst, die Art und Weise, wie du Dinge angehst, alles ist Skateboarding. Es betrifft dein ganzes Leben. Dein ganzes Leben verändert sich, wenn du Skateboarder wirst und es ernst nimmst. Keine Ahnung, man nimmt Sachen im Leben einfach lockerer. Man ist nicht so verbissen. Fuck! Hä? Komm, ey! Komm, die leichtesten Dinge! Alter, ich hasse Skate und so doll! Es war noch gar keine Ausraster. Es war ja alles noch im Rahmen. Und dann direkt in die Hundescheiße gelatscht, ey. Ich einmal übers Gras gewischt hab und sie wieder weg ist. Allerdings müffelt der Scheiß immer noch. Ey, du hast ja irgendjemand angekommen. Du musst dann zum Psychologen gehen. Ich hab dann, die kommt nicht. Ich bin heiserer als der Papst, wenn er eine Rede hält. Ohne Scheiß! Ich bin heiserer als der Papst, wenn er eine Rede hält. Ohne Scheiß!